Hi Leute, willkommen zu einem wichtigen Video, das Video, dass ich relativ Cruise gebrallt habe. Boah, so toll, was ich eigentlich nicht gar nicht getan habe, was glaube ich da nicht. Egal, auf jeden Fall, mein Name konnte ich jetzt ändern, dass ich jetzt circa Freak heiße. Ich habe jetzt eine Seite gemacht, die circa Freak heißt auf Google Plus und das funktioniert jetzt. Und das heißt, dieses Video von gestern, könnt ihr jetzt aus eurem Gedächtnis streichen. Es ist nichts Falsches, es war damals richtig, aber jetzt ist es erstmal nicht mehr aktuell, weil ein gut Bekannter von mir hatte es. Hat es mir gesagt, wie es geht. Ich werde ihn hier verlinken und seine Webseite auch. Auf der bin ich ja Pro4Entertainment und die restlichen Kanäle, alle von ihm, werde ich hier vernetzen. Und auch will ich jetzt mal ausschreiben, dass die Webseite, die er betreibt, wo ich auch drauf bin, finde ich echt cool gemacht. Und auch bisher, was er geleistet hat mit seinen, ähm, ja, mit seinen Dings da halt, äh, mit seinen Videos bisher. Die Lieder, die er gemacht hat, hat ja auch schon ein Album draußen, aber mehr erzähle ich jetzt auch nicht. Ähm, dann schaut an den Kanälen vorbei, dann was anschauen, sag ich. Und, ja, bis bald, wir haben uns sicher bald wieder. Ähm, Silvester wird es was geben, was, das weiß ich selber nicht genau. Aber, auf jeden Fall, ja, Tankos anschauen. Und, ja, ich sag immer, ich danke ihn jetzt total, dass der das mir gezeigt hat, weil, ich war nicht, glaube ich, nicht der Einzige, der ein bisschen ratlos war. Und, ja, ich mein, krank und so, die, ja, die wissen das. Und, zum, ich hab mich schon gewundert, hör, wie schaffen die das, dass die, ähm, dass die, wie schaffen die das, dass die so, ähm, toll und intelligent sind, dass die das schaffen, dass die, ähm, trotzdem kommentieren können, obwohl sie nur einen Namen haben. Also, nicht vor Nachnamen, sondern einfach nur einen. Und jetzt, da weiß ich es jetzt auch, und, jetzt heiß ich jetzt so, ich weiß nicht, was in meinem ZFMari-Account jetzt ist, muss ich noch alles nachforschen. Auf jeden Fall, ausnahmsweise kommt sonntags jetzt auch ein Video, und zwar das jetzt hier. Und ich sag, da muss ich es anschauen. Oh, ja, circa Freak, so. Freak-Cut werden bei Mario-Cut. Ist ein bisschen schwierig hier zu reden, ne? Haha, Losers. Bisschen online daddeln. Übrigens, wenn ihr mal spielen wollt, dann, ähm, add mich am besten auf Skype oder so. Und wir schreiben können. Und, ja, oder schreibt mir. Und er kommt jetzt einfach irgendwo. Seht ihr denn? Nein? Langs anscheinend, tschüss, euer Zigarfe.